In der heutigen Review beschäftigen wir uns mit dem Basketballspiel NBA 2K16. Kommen wir nun zu der Wertung. In der Kategorie Graphics vergeben wir 15 von 20 Punkten wegen einer guten Grafik mit leichten Schwächen in der Beleuchtung. Die Kategorie Sound bekommt 16 von 20 Punkten, weil alle Geräusche realistisch sind, wobei die Vertonung gut, aber nicht lokalisiert ist. In der Kategorie Music erhält NBA 2K ebenfalls 16 von 20 Punkten, da sie passend zu dem Thema gewählt ist. Die Umsetzung in der Kategorie Atmosphere ist für ein Sportspiel sehr gut gelungen und erhält dadurch 18 von 20 Punkten. Die letzte Kategorie Gameplay bekommt 15 von 20 Punkten, wobei der Einstieg schwierig ist, da die Steuerung nicht erklärt wird. Nach einiger Zeit jedoch sind die Grundzüge logisch und leicht zu verstehen. Damit erhält NBA 2K16 80 von insgesamt 100 Punkten. Eine detailliertere Bewertung findet sich in der Videobeschreibung. Und jetzt noch viel Spaß mit dem restlichen Gameplay. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.